Herzlich willkommen in Beauregard, ehemaliges Jagdschloss von König François 1er. Beauregard liegt im Herzen der Loire-Schlösser. Es liegt weniger als 180 Kilometer von Paris entfernt, nur 20 Minuten von Chambord und 5 Kilometer von Blois und Cheverny. Das Schloss wurde im Auftrag von François 1er gebaut, dessen Leidenschaft die Jagd war. Beauregard ist seit 1926 im Besitz derselben Familie und seitdem öffentlich zugänglich. Kennen Sie den berühmten Satz, der sagt, die Loire ist der Garten Frankreichs? Wenn Sie nach Beauregard kommen, wird Ihnen dieser Satz leicht verständlich. Nachdem Sie durch die Boutique im Soloniot-Haus mit einem authentischen Kamin aus dem 17. Jahrhundert gegangen sind, eröffnet sich Ihnen der 40 Hektar große Park, neu gestaltet von dem berühmten Pariser Landschaftsarchitekten Gilles Clément. Es gibt verschiedene Bereiche zu entdecken. Am beeindruckendsten ist der bekannte Garten der Porträts, welcher aus dem ehemaligen Schlossküchengarten aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist. Sehen Sie die kleinen Punkte ganz oben im Bild? Diese Punkte sind Besucher. So groß ist der Garten. Jeder der zwölf mit Hecken abgetrennten Gärten, jeder in einer anderen Farbe, stellt eine Regierungszeit der Könige dar, die in der Galerie der Porträts zu sehen ist. Die Galerie ist ein weiteres Herzstück des Schlosses von Borregard. Im Garten der Porträts entdecken Sie die verschiedenartigen Stauden mit unterschiedlichen Blütezeiten und entlang der 80 Meter langen Wand 400 Arten von Rosen und Clémentis. Die pinke Rose Borregard ist vorherrschend am Anfang des Gartens. Um dorthin zu gelangen, überqueren sie den Rindenhain, der seinen Namen, den besonders interessanten Rinden der hier wachsenden Bäumen, verdankt. An der Unterseite des Hains befindet sich der Kühler aus dem 17. Jahrhundert, der Vorfahr unseres Kühlschranks, mit Sicht auf die alte Zuckermühle, die später das Haus des Gärtners wurde und nun der Vermietung für die Besucher der Region offen steht. Borregard ist der perfekte Ort zum Bummeln. Sie können sich ins Gras legen, ein Picknick am Teich machen, Bäume bewundern, die mehr als 250 Jahre alt sind, sowie in ihrem eigenen Tempo die Architektur des Schlosses mit seinen zahlreichen Einzelheiten entdecken, die es zu einem Wunder der französischen Kulturerbes gemacht haben. In Borregard folgen Sie den Blicken von Porträts, die Sie durch den Park führen. Vom Schloss aus können Sie den königlichen Weg Chambord nehmen, der direkt nach 15 Kilometer Luftlinie zum berühmtesten und beeindruckendsten Renaissance-Schloss führt, das außergewöhnliche Schloss Chambord mit seiner einzigartigen Doppelwendeltreppe, ein Meisterwerk von François 1er. Auf diesem Weg entdecken Sie hinter den Orangerien versteckt eine authentische Kapelle aus dem 15. Jahrhundert, die in den Steinen gemeißelte Muschel bezeugt, dass es sich hier um einen ehemaligen Zwischenstopp auf dem Weg nach Santiago de Compestella handelt. Borregard nahm einen sehr wichtigen Platz im Laufe der Jahrhunderte ein. Viele berühmte Persönlichkeiten waren hier. Louis XIV und seine Grande Demoiselle, seine Cousine, Cardinal Richelieu, treten Sie als nächstes in ihre Fußstapfen. Heute ist Borregard nach wie vor ein privater Familiensitz, welcher aber offen ist für Besucher und Touristen aus der ganzen Welt willkommen heißt. Da das Schloss immer von Herrn nahe der königlichen Macht bewohnt war, entdecken Sie Elemente und seltene Objekte voller Symbolik und Geschichte. Die Küche des 15. Jahrhunderts ist der älteste Räum des Schlosses. Sie wird regelmäßig für private Veranstaltungen genutzt und die Familie der Besitzer liebt es, sich hier aufzuhalten. Während ihres Besuchs werden sie die Möglichkeit haben, andere bewohnte Räume zu sehen. Wohlwissend, dass zweifellos der wichtigste Raum, der Grund für Borregards Bekanntheitsgrad, so wie für Louis XIV hierher zu kommen, die berühmte Galerie der Porträts ist. Dieses Herzstück des Schlosses ist 26 Meter lang und 7 Meter breit. Auf dem Boden der Galerie entdecken Sie 5600 Defter Kacheln, alle vom Hand gemalt. Sie stellen die Armee von Louis XIII im Marsch dar. Damals wurden diese Kacheln besonders selten und zerbrechlich an sich nur für die Wandverkleidung verwendet. Wenn Sie dann den Blick aufrichten, werden Sie von 327 Porträts angeschaut. Und nicht nur irgendwelche. Die Chronologie der Porträtgalerie beginnt mit Philipp VI, der den Thron im Jahre 1328 bestieg. Beim Rundgang durch das Zimmer von rechts nach links gehen Sie an 15 Herrschern von 15 Königreichen vorbei. Jeder König wird von anderen Männern und Frauen umgeben, die auf nationaler und internationaler Ebene eine wichtige politische Rolle während ihrer Herrschaft einnahmen. Die Männer und Frauen, die Sie in dieser Galerie finden, sind ausschließlich wegen ihrer großen politischen Rolle in der Geschichte Frankreichs über einen Zeitraum von 350 Jahren ausgewählt worden. Zum Abschluss des Rundgangs kommen Sie zum letzten hier vertretenen König Louis XIII, welcher herrschte, als die Galerie von Bollardier, dem damaligen Besitzer Borregard, konzipiert wurde. Louis XIII starb im Jahre 1643 und wir haben mit einem Porträt aus dem Jahre 1328 begonnen, was heißt, dass die Galerie 315 Jahre französische politische Geschichte erzählt. Diese Galerie zeigt aber nicht nur die Geschichte Frankreichs, sondern auch die Geschichte Europas wegen des Spiegelseffekts der diplomatischen Beziehung mit Frankreich, damals eine der größten westlichen Mächte. Wenn man über die französische Geschichte der Außenpolitik und der Diplomatie spricht, spricht man automatisch auch über die Geschichte Europas und über 315 Jahre europäische Geschehnisse. Dieser Raum ist vom Boden bis zur Decke klassifiziert. Schauen Sie nach oben oder noch besser, finden Sie sich einen Platz, um sich hinzulegen und lassen Sie das blaue Licht auf sich einwirken. Die Decke wurde mit Lapislasuli-Pulver dekoriert, welches damals siebenmal teurer war als Gold. Drei Generationen waren notwendig zur Durchführung dieser Arbeiten von außergewöhnlicher Schönheit und Rarität mit rein pädagogischem Zweck. Dies ist sicherlich der Grund, warum diese Galerie die letzte ist in Europa, die in situ verblieben ist. In dem Raum parallel zur Galerie finden Sie eine Sammlung von Möbeln sowie seltene und antiken Kunstwerken, wovon ein Möbelstück seinen Zwilling im Louvre-Museum hat und von Teheran in den 1840er Jahren zurückkam, noch bevor der Suezkanal gebaut wurde. Und der kleine Schatz dieses großen Schatzes des Loirtals ist das Studiolo oder Glockenkabinett. Das Arbeitszimmer von Jean Dutier, entworfen und realisiert von Sibec de Carpi, dem Kunsttischler von König Heinrich II. Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es eine große Ehre war, wenn der König seinen Tischler auslieh. Die feine Kassette ist von den Wappen von Jean Dutier verziert. Goldene Glocken auf einem blauen Hintergrund. Hier können Sie die Kunstwerke entdecken, die einen Blick auf die angrenzende Porträtgalerie werfen, welche vor ihrer Realisierung das Schlafzimmer Jean Dutier und anderer Besitzer war. Mit höchster Wahrscheinlichkeit hat dort auch Cardinal Richelieu geschlafen, als er nach Bourgards kam, aus Angst in Blois ermordet zu werden. Dort befindet sich ein Kamid mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert, von außergewöhnlicher Qualität, welche alte Fabeln wie zum Beispiel von Jean de la Fontaine erzählen. Bourgards ist der ideale Ort, um die Geschichte der Loire-Schösser zu verstehen und sich an ihr zu erfreuen. Ein wunderbarer Ort, um Geschichte durch Bilder zu lernen, für Kinder wie für Erwachsene. Es ist ein lebendiger, offener, verspielter und fröhlicher Platz, den Sie zu Fuß, mit dem Auto, Fahrrad oder auch mit dem Helikopter erreichen können. Die Boutique bietet Souvenirs und Produkte an, die mit Liebe von den Besitzern Bourgards und ihrem enthusiastischen Team ausgewählt wurden und zum Teil von ihnen selbst verwendet werden. Die Orangeries vor dem Schloss sowie verschiedene Bereiche des Parks warten darauf, von ihnen für Picknicks, Mittagessen, Festivitäten, Shows und mehr genutzt zu werden. Sie sind vorhanden, um darin zu leben. Während der Saison bietet Bourgards Themenveranstaltungen für Gruppen an, zum Beispiel einen Renaissance-Tag mit königlichem Bankett serviert in der antiken Schlossküche, ein Festival mit Musikern und Minnesängern. Für Familien, die einen längeren Aufenthalt in der Gegend planen, werden im Park ein Ferienhaus für eine Familie von fünf bis sechs Personen sowie andere Unterkunftsmöglichkeiten zur Vermietung angeboten. Ein Besuch Bourgards verdeutlicht ihnen das einzigartige Kulturerbe der Geschichte Frankreichs. Heute wird Bourgards von einer Familie mit drei Kindern erhalten, die täglich dafür arbeiten, dass es sich der heutigen Zeit entsprechend entwickelt und so hinterlassen wird, dass auch nachfolgende Generationen es weiterführen können. Ihr Besuch hilft Bourgards lebendig zu halten. Vielen Dank und bis bald in Bourgards.